Hallo, ich bin hier im Metro-Craft. Das ist ein Spiel so ähnlich wie Minecraft. Ja, da kann man auch Züge fahren. Ich möchte aber eigentlich nur so ähnlich wie Minecraft spielen. Aber ich hatte halt keine Lust mehr, jetzt Minecraft zu kaufen. Ich spiele das Spiel hier auf dem Handy, wie ihr vielleicht auch an der Steuerung seht. Hier, ich laufe jetzt nach draußen. Hier, da laufe ich und laufe und laufe. Ich laufe immer weiter. Ja, genau. Und zwar, ähm, ich habe vor, eine überirdische Bahn zu bauen. Ähm, ich habe meine voll freigeschaltet, gut, weil ich so viel gelaufen bin. Gut, ähm, ja, ich habe vor, hier eine große Eisenbahnstrecke zu bauen. Ähm, die soll aber nicht unterirdisch sein, wie sie jetzt hier eigentlich gedacht ist, sondern überirdisch. Ähm, ja. Ja, genau. Ich gehe mal nach unten. Wie macht man das nochmal? Löschen, genau. So. Ich spiele sonst immer Minecraft am Computer, aber, ja. Am Computer weiß ich nicht, wie man gut aufnehmen kann. Und seitdem ist das ein sehr alter Computer und das bugt die ganze Zeit. Also, das hat keinen Zweck. Schon wieder so viel. Wenn es so weitergeht, dann bin ich bald steinreich. Ja. Also, hier. Und zwar möchte ich diesen Zug jetzt, ich möchte jetzt eine Zugstrecke nach oben bauen. Wie mache ich das? Ganz einfach. Ich nehme diesen Zug hier, logisch. Und jetzt werde ich hier einen Weg bauen, der nach oben geht. Und zwar, erst mal Blöcke suchen. Ähm. Was nehme ich da? Das hier. Ne, das sieht nicht aus wie das. Ich möchte was, was ungefähr so ähnlich aussieht. Ach, das kriege ich alles nur durch die Werbeanzeige. Das ist doch scheiße. Aber okay, dann ist das halt so. Nehme ich halt doch den Blog. Zack. Erstmal das hier löschen. Zack. 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 So. Jetzt mache ich Stück für Stück sowas wie eine Treppe. Ja. Diese unterirdischen Gänge, da muss man die ganze Zeit irgendwie das an diesen Müll wegmachen. Das finde ich blöd. Das macht mir keinen Spaß. Und deswegen gehe ich jetzt einfach in die Oberwelt. Wenn man nämlich neue Schienen baut, dann ist das kein Problem. So. 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 Kann ich da jetzt keinen Stein hinbauen? Achso, doch. Geht doch. Super. Perfekt. Dann muss ich jetzt nicht extra runterspringen. Also. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss rauskommen. Bin gespannt. Das ist aber eine dicke Schicht hier. Dann nehme ich aber weit durchgraben. Okay. Zack. Eingesammelt. Okay. Okay. So. Den hier kann ich gleich stehen lassen. Vielleicht bin ich fertig. Noch ein bisschen. Fertig. Perfekt. Hier kann ich noch ein bisschen von der Decke wegnehmen. Ich glaube, das ist schlauer. Ich glaube, das ist wirklich schlauer. Ich glaube, das ist immer noch etwas knapp. Das habe ich mal so. Ja toll, jetzt komme ich nicht mehr dran. So. Da komme ich nicht so gut dran. Dann gehe ich mal hoch und mache es von oben weg. Ja. Was ist denn jetzt? Willst du jetzt nicht weiterlaufen oder was? Willst du mich verarschen? Hallo? Der will mich wohl erst jetzt. Ja, der will mich verarschen. Geht's noch? Es ist doch eine Kante absterrend. Ich versteh's nicht. Ich versteh's echt nicht. Jetzt kommen die Schienen dran. Ich versteh's nicht mehr. Übrigens, ich hab den Ton aus, weil's hier nichts Gutes zu hören gibt. Also, nur eine blöde Melodie. Und eben das Geräusch von den Steinen, wie sie dahin gesetzt werden. Das ist halt nicht so spannend. Ei, ei, ei. So. Jetzt bin ich oben. Gut. Jetzt bin ich oben realistisch. Okay, ist ja nur ein Handyspiel. Ein Handyspiel ist ein Handyspiel. Ein Handyspiel muss nicht unbedingt realistisch sein. Aber was das jetzt soll, ist mir auch unschlüssig. Ähm, ganz toll. Ich mein, die sind ja voll, die nerven mich. Was für ein Schwarz. Hallo? Ich glaube, ich sollte dieser Verkost da wegmachen. Was mache ich? Was mache ich? Ich bin aufgedrückt. Nicht jetzt. Wie lang war dieser Zug? Oh, Sonnenuntergang. Schön, schön. Bis zu meinem nächsten Video bei AlexoXY. Vielen Dank fürs Ansehen. Das nächste Video wird bald kommen. Das nächste Video wird bald kommen. Süßes appeal. Süßes. Süßesdu. Süßes. Süßes. Vielen Dank.